Hallo, hier ist Geeks Live Luxemburg. Ich bin Bisenius Guillaume. Und mit wem habe ich die Ehre? Mit dem Roland von Nerdy Active in dem Falle. Was macht ihr denn so hier? Wir filmen ganz viele Cosplayer auf dieser Convention, die wir, unsere eigenen Sicht, ja für besonders halten. Also die wirklich stark ins Auge fallen und untermalen dann diese Aufnahmen mit Musik, die wir von freien Künstlern in dem Falle. Er sucht dann die mit stundenlanger Suche heraus. Und untermalen das Ganze dann. Beziehungsweise setzen diese Cosplayer halt in Szenerie. Wie lange macht ihr das denn schon? Seit der LBM 2014, müsste ich lügen. Ja, seit der LBM 2014. Damals haben wir angefangen mit Interviews, also wirklich sind auf die Cosplayer zugegangen, haben die Interviews, was sie machen, beziehungsweise wie sie dann in ihren Cosplay gesessen haben. Und zwar diese ganz normalen typischen Fragen natürlich. Aber dann haben wir ja mitbekommen, beziehungsweise er hat dann so den Faden herausbekommen. Ja, es ist halt auch ein bisschen Besonderes, wenn man dann die ganzen Cosplayer und so weiter filmt. Da haben wir dann mit der LBM angefangen, so einfach nur mit unserem normalen kleinen Stativ, beziehungsweise eine kleine Kamera Cosplayer zu filmen. Und haben dann festgestellt, hey, das macht Laune, das macht mehr Spaß, wie zu interviewen. Und dementsprechend haben wir dann, ja, diese Leidenschaft für uns entwickelt. So über vom 2004 und 2015 haben wir dann unser Equipment geleistet, neue Kamera, neues Schwebestattiv. Und haben dann einfach zur LBM 2015 angefangen, so etwas zu betreiben. Das macht sie gut! Ja, wie ich jetzt aus seinen Wörtern gehört habe, gefällt es euch? Es macht Einheiten-Spaß, wir machen das gerne. Wir waren doch schon öfters gefragt, ob wir das beruflich machen. Nein, wir machen das als Hobby. Wir arbeiten, wir arbeiten immer noch und machen das wirklich so, je nachdem, wie wir halt Zeit haben. Seid ihr auf vielen Conventions unterwegs? Unsere Hauptconventions sind die LBM, Koste auf jeden Fall, Dokumi, Konichi von der FBM wollen wir uns jetzt so teilweise verabschieden, weil die FBM ja doch so, meh, kann ich mit der LBM mithalten, definitiv nicht. Konichi ist ja das Cosplay-Event des Jahres, so wie wir das so mitbekommen haben, wir waren noch nie dort. Aber das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich ändern und dementsprechend, allerdings, wir sind noch relativ spontan, was Conventions angeht. Das heißt, wir waren noch auf der Anbimesse in Berlin gewesen, die ja das erste Mal stattgefunden hat dieses Jahr. Ja, auch auf der Jenaco waren wir ja auch, die ja auch in Jena, wo wir halt Südost-Thüringen, 30 Minuten von uns entfernt waren wir ja auch. Also, wir sind spontan, was Conventions angeht. Allerdings, unsere festen Termine stehen, LBM, Koste, Dokumi, Konichi. Wo kann man euch denn finden? Wir, man findet uns auf Facebook, Twitter, YouTube, Animax. Immer in dem selben Namen? Immer in dem selben Namen, wir haben keinen anderen, wir sind da registriert und auch dementsprechend so zu finden. So, wir sind ja hier auf dem Koste, wie gefällt es euch denn hier? Wir sind hier bereits zum zweiten Mal und es ist wie immer bombastisches Wetter, schöne Koste, ja vor allem viele. Jedes, letztes Jahr waren wir auch hier in diesem Park gewesen, allerdings waren noch nicht so viele Cosplayer und jetzt, dieses Jahr schaut man sich um und fülle und fülle, alles voll mit guten Cosplayer. Wir hätten auf den Einkaufssendern geht es ja natürlich weiter. Das ist, man trifft hier unendlich viele bekannte Gesichter wieder, wo ich mir selber sage, Gottes Willen, ne, man trifft immer wieder dieselben Wiederholungszeiter. Ja, dann habt ihr ja noch viel Arbeit vor euch. Ja, natürlich, wir werden, wir sind heute da, beziehungsweise bis heute Abend und dann sind wir morgen auch noch einen kompletten Tag da und dann geht es wieder auf vier Stunden Heimreise. Verdammt, kann ich jeden Tag Convention sein? Ah, das wäre schön. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Well, dann bedanke ich mich. Kein Problem. Und, äh, ciao. Toedaloo! Toedaloo!